Herzlich Willkommen liebe Modellbaufreunde des nostalgischen Eisenbahnen Märklin 800 und Freunde der 50er Jahre. Heute machen wir etwas ganz Besonderes. Heute geht es um das Duell. Das Duell der Baureihe 86 aus dem Jahr 1954 gegen die Baureihe 86 aus dem Jahr 2006. Dazu haben wir unterschiedliche Kategorien festgelegt, die ich gleich euch entsprechend vorstellen werde, wie wir diese Lokomotiven miteinander vergleichen. Hierzu haben wir die Kategorien Alter, Design, Gewicht, Mehrzugbetrieb, Antrieb und Steuerung ausgewählt. Die Baureihe 86 167 wurde im Jahr 2006 von Märklin angeboten im Rahmen eines Starterpakets und ist dementsprechend 16 Jahre alt. Während die Baureihe 86 1,97 aus dem Jahr 1954 ist und somit bereits 68 Jahre alt. Nun da kann ich sagen das ist nun mal ein Altersunterschied. Schauen wir uns das Design an. 2006 gab es technisch sehr viel mehr Möglichkeiten. Kunststoff Spritzguss ermöglicht feingliedrige Arbeiten. Dünne Rohre, Detaillierungsgrad sehr sehr hoch. Auch die Beschriftung der Lokomotiven ist natürlich sehr viel total genauer als bei der Lokomotive aus 1954. Beschriftung haben nicht aufgedruckt. Detaillierungsgrad natürlich auch sehr hoch, sehr fein. Allerdings nicht mit Rohren, die separat also die nicht direkt im Guss sind. Es gibt ein Haltegeländer sozusagen, was dort noch mit angebracht ist. Aber ansonsten alles aus einem Guss. Das heißt das Design, ich würde sagen ist eher robust als detailliert. Im Vergleich zum sehr detaillierten neueren Modell, was aber sicherlich eher weniger robust ist. Ich möchte mir nicht vorstellen wie diese doch aussieht, wenn sie einmal von den Gleisen fällt. Und nun schauen wir mal, was diese Loks auf die Waage bringen. Zunächst die Version aus dem Jahr 2006. 284 Gramm. Und nun schauen wir, was die TT 800 entsprechend auf die Waage bringt. Boah 600 Gramm. 602 Gramm. Das ist mal eine Differenz. 250 im Prinzip. 280 im Vergleich zu 600 Gramm. Nicht schlecht. Wer hätte diesen Gewichtsunterschied erwartet. Zum Thema Mehrzugbetrieb kann ich sagen, dass die Baureihe 86 167 digital angesteuert wird und dadurch natürlich für den Mehrzugbetrieb entsprechend vorgesehen ist. Es können natürlich mehrere Lokomotiven fahren und es gibt auch digitale Funktionen, die zuschaltbar sind. Beispielsweise das Zwei-Licht-Spitzensignal oder die Telex-Kupplung. Aber wer denkt, im analogen Umfeld ist das nicht möglich ohne Signal, Strom und Zusteuern und ähnliches, muss ich hier sagen. Dank der Perfekt 800 Schaltung ist auch über den Analogbetrieb dieser Lokomotive, also Perfekt 800 Schaltung und Schleppschalter, ein Mehrfach-Mehrzugbetrieb möglich. Dadurch, dass die Lokomotive nicht nur vorwärts und rückwärts fährt, sondern auch eine Halteposition hat, die entsprechend ansteuerbar ist. Wenn wir also zum Resümee kommen, haben wir eine relativ junge digitale Lok mit weniger als 300 Gramm, die digital steuerbar im Mehrzugbetrieb fähig ist. Während wir eine fast 70 Jahre alte, robuste Lok haben, die sehr schwer ist und ebenso im Mehrzugbetrieb fahren kann, auch wenn sie analog gesteuert wird. Und nun kommt das Kräftemessen. Etwas, was ich so noch nie durchgeführt habe und was man wahrscheinlich auch nicht durchführen sollte. Aber jetzt kämpfen mal die beiden Loks, das Leichtgewicht aus dem 2006-Jährgang gegen das Schwergewicht von 1954. Mal schauen, wer den Kürzeren zieht. Oh, da kämpft die neue Lokomotive gegen die alte. Bislang ist die TT 800 eindeutig die stärkere. Oh, das wird heiß. Das erste Rennen würde ich mal sagen, ja, relativ eng und auch entsprechend gleich und also gleich stark. Nun schauen wir mal in der zweiten Rennen, was nun passiert. So, jemand Neuere gibt Gas. Die TT 800 kämpft. Schiebt. Kämpft gegen die Neuere an. Hier werden die Gleise poliert. Und am Ende. Tja, muss ich sagen, die TT 800 liegt etwas vorn, aber ist natürlich sozusagen nicht sehr viel stärker. Das Gewicht ist nicht zum Tragen gekommen, aber ein kleinen Zugewinn hat die TT 800 gegenüber der neueren Baurei 86, 1,67 entsprechend bekommen. Also ein kleiner Vorteil. Ich wollte jetzt nicht noch mehr die Schienen polieren, aber ich denke, das ist sicherlich ein spannendes Kräftemessen gewesen. Und ja, insofern schauen wir mal, oder würde ich sagen, hier eindeutig Gleichstand. Und nun gehen wir zum dritten Rennen über und schauen wir mal, was nun passiert. Ah, die TT 800 kämpft und diesmal hat sie es geschafft, die Neuere Lok aus ihrer Position zu treiben. Tja, Respekt muss man sagen, wenn man sich überlegt, was die Techniker damals schon alles geschafft haben, welche Stärke diese Güterlokomotive wirklich auf das Gleis bekommt. Kommen wir nun also zum Ergebnis und ich denke, am Ende ist es einfach die Frage des Stils. Will man etwas sehr Detailliertes, Moderneres auf einer Digitalanlage erfahren lassen, ist es natürlich die neuere Version. Ist man jedoch mehr an der alten Technik interessiert, ist es natürlich die TT 800 aus den 50er Jahren. Und soweit von mir für heute. Immer schön auf der Schiene bleiben und bis bald. Was gehört das? Hat das ist gerade gehört. Untertitelung des ZDF, 2020